Die Sportler von ewige Helden mussten in der Kategorie Ausdauer Seilspringen. Und Seilspringen ist ein wunderbares Ausdauertraining. Und das Ziel war in vier Minuten so viele Sprünge wie möglich zu schaffen. Und das probiere ich jetzt auch. Viel Spaß damit! Auf die Plätze, fertig und go! 100 12 200 300 400 400 500 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 10 20 30 40 50 60 70 80 90 600 20 40 60 80 700 und gut Time over